Musik Ja und hier an der Seite der Finalsiegerin, der Weltfinalsiegerin Alessandra Reich haben wir jenen jungen Herren nun gestellt, der die meisten Punkte erritten hat über die ganze Saison im iCup, Sascha Braun. Sascha ausgestattet mit der Scherpe des Siegers für die Gesamtwertung und jetzt erwartest du den Hauptpreis, ich glaube ein grünender Jahresabschluss. Ja, also ich bin überwältigt, die Saison war anstrengend und schwer genug. Ich muss danken an meine Pferde, an meine Eltern, an meine Freundin und alle, die mich unterstützt haben, dass ich eigentlich jetzt heute hier stehen darf und das Besondere erleben darf und auch bei den Sponsoren, dass es sowas gibt. Herzlichen Dank. Sascha, bei der Alessandra Weiß ist ja bei Frauen sorgt mir das Alter nicht dazu. Jetzt wollen wir mit dir fragen, war das jetzt deine letzte U25-Saison oder bist du noch einmal dabei? Ich darf noch zwei Jahre mitreiten. Zwei Jahre. Und eines, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, er wird nächstes Jahr wieder dabei sein, denn der Gesamtsieger qualifiziert sich automatisch fürs Finale. Und auch Sie, verehrte Gäste, gratulieren mit Ihrem Applaus. Und wir danken all denjenigen, die diese Prüfung ausgestattet haben, die diese Serie ausgestattet haben. Thomas, Sabu, GmbH und Co. KG. Ein herzliches Dankeschön. Würdige Siegerin hier im Rahmen unseres Turniers. Mephisto Amadeus, Hors, Indos 2015. Und jetzt sind Sie aufgefordert, verehrte Gäste, Ihren Ehrenpreis zu geben an Alessandra Reich und die Platzierten. Alle bitte in Sicherheit. Herr Kapellmeister, auf geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir werden hier im Rahmen unseres Turniers. Oh, es ist wie ein Spiel, und wir fühlen uns jetzt. Gold, 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 gold for gold. On the mountain, Ui. Wir ziehen noch einmal die Siegerin. Groß Applaus für Österreich, für Alessandra Reich und Miner. Und für unsere Gesamtsieger. Und alle singen. Gold, 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 gold for gold. On the mountain, Ui. Where the Eagles fly. Reach for number one. Fight for the nation. You belong. Gold for gold. Gold for gold. Ja, meine sehr verehrten Damen, das war's nun vom iCup. Meine sehr verehrten Damen, das war's nun vom iCup. 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 Das war's nun vom iCup.